Gut, seit der letzten Aufnahme sind ganz genau 5 Sekunden vergangen, also zumindest im Spiel. Ich habe da überhaupt nicht auch nur einen einzigen Schlag irgendwie weitergesetzt. Ich habe nochmal ein Zeug eingesammelt, ich bin dann ja doch noch am Ende gestorben. Da war dann plötzlich die Energie zu Ende. Ja, aber was soll's. Plan war den Keller hier auszubauen, beziehungsweise den Gang erstmal fertig zu machen. Dazu muss natürlich hier entsprechende Decke rein, das muss hier dann angebunden werden, vernünftig. Ich wollte hier ja gucken, wie das mit den Abständen wird und das sind so die Dinge, die ich dann für heute geplant habe. Jetzt ist es doch arg leise gerade. So, ich hoffe man hört es dann nachher im Spiel, im Video selbst, dann ein bisschen besser. Einerseits ist ja der Endgame-Sound auch nicht so relevant. So, gut, ich werde hier erstmal schön zumachen. Es wird komplett einmal neu geplant, quasi wie das dann hier weitergehen soll. Ich habe ja irgendwie, wenn man so 5 war, habe dann jetzt hier natürlich alles wieder weggeschlagen. Ähm, ja, was soll's. Erstmal hier ein bisschen aufmachen. Zumachen kann man ja immer wieder noch. Das ist dann alles kein Problem. Ja, hier weiß ich nicht. Also, meine Idee wäre ja, das einfach ein weiter nach vorne zu ziehen, dann würde es ja hier dann irgendwie passen. Ich werde erstmal schauen, dass ich das hier grob zumindest mal ansetze. Also, haben wir gesagt 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Sechste ist die Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Sechste ist die Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Sechste ist die Wand. Na, ich weiß ja nicht. Also, der muss auf jeden Fall noch einen weiter raus. Und würde dann aus diesen Steinen hier quasi bestehen. Ähm, ja, machen wir das erstmal weg. Können wir immer wieder neu bauen, das ist gar kein Problem. So. Ah, hier müssen dann die normalen Steine dann rein gleich. Ja, das ist halt. Ja, wie mache ich das denn am besten? Ich meine, eine Idee wäre natürlich so. Ähm. Hier kommen ja eh dann die... Na, wo haben wir so die Slaps dran? Die sitzen dann so. Und so. Das wäre ja dann auch eine Idee. Eventuell hier noch einen von den Schmalen dazwischen. Aber das würde hier so gehen. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist wieder alles super top vorbereitet. Und es passt natürlich wieder nicht. Wie war es auch anders zu erwarten. 1, 2, 3, 4. Also hier wäre dann quasi erst der Anfang. Das wäre aber scheiße. Hm. Hm, hm, hm. Ach, was soll's. Das bleibt so. Hier hinterher erstmal keinen Stein verschwenden. Zack. Zack. Hier kommt zu. Hm. So. Hier kommt auch noch zu. Wie nehme ich überhaupt auf? Ja. So. Zack. Das kommt auch weg. Dazwischen kommen die normalen. Und hier kommt dann... So. Das ist zack, 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 zack. Hier ist nämlich dann wieder so eine Lücke für... ...für eine Wandbeleuchtung. So. Zumachen. Machen. Hm. Da vorne. Fackel dran. Das Ding dran. Zack. So würde's dann quasi aussehen. Hier. Na. Ach, zu. So. Da noch zu. Zack, zack, zack. Ja. Warum hab ich denn da keine mehr von? Hm. Okay. Hab ich die nicht eingesammelt oder was? So. Und dann hier quasi dasselbe auch nochmal. Hm. Wohl. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Ja, es steht dann halt ein ganzes Ende weiter vor. Ich mach mir wohl schon Licht, ne? Ähm. So. 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 Also es würde halt ein ganzes Ende weiter vorstehen. quasi hier außen dann gebaut werden. Ähm. Hier oben kann ich dann ja mit, äh, mit Erde wieder zubauen. Dann wächst da wieder so ein bisschen Gras drüber. Dann geht das dann schon. Muss halt alles ein Stück weiter nach vorne gezogen werden. Sollte aber passen. Und dann werde ich hier diesen Außenring einfach, äh, mit diesen glatten Steinen machen. So. Zack. Zack, 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 zack. Zu, 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 zu. Zu, 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 zu. Zu, zu, motherfucker. Gürr. Gürr. So. Hier oben muss dann auch wieder zu. Was ist denn da gemacht? Da hab ich's so gemacht. Was hab ich mir dabei gedacht, als ich das gebaut hab hier? Ich weiß es nicht mehr. Ah, wo haben wir sie? Hier. So. Dann kommen die dran. Ja, den mach ich gleich nochmal ordentlich. Ähm. So. Das noch dran, das noch dran. Und ich fang schon wieder an, zu viel so zu sagen. So zu sagen, so zu sagen, so zu sagen. Hm. Da hatte ich die gehabt, ne? Ähm. Jetzt hab ich's dann natürlich alle schon abgerissen. Wie war das denn noch? Was hatte ich mir denn da gebaut? Ah, hier war, glaub ich, so, ne? Zack. Und oben war dann glatt drin. Na, warum hat er den denn jetzt nicht? So. Dann, hier auf der anderen Seite geht's dann quasi wieder runter. Ähm. Ne, der hier ist ja egal. So, und dann geht's hier wieder. War das so? Nein. Das war doch viel zu eng, oder? War das echt so eng? Hm, 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 hm. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es kommt mir doch sehr, sehr eng vor. Hm, hm, könnte jetzt natürlich nachgucken, aber nö. So, na, erstmal ein bisschen Licht machen wieder. So, weg damit. Zu. Gut. Gut. So, dann kommt's. Ach, ich mach die Seite auch einmal komplett so ein bisschen frei hier. Äh, nee, das ist ja, das ist ja schon richtig hier. Das hier war falsch, genau. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der sechste ist die Wand. Ne? Ähm. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der sechste ist die Wand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der sechste... Ja, da stimmt's dann wieder. Hm. Wie komm ich denn hier auf die Idee eigentlich? So. Was hab ich mir denn da jetzt eigentlich gedacht? Ich bin leider nicht so ganz bei der Spur gerade. Äh, hier kommt zu. So, hier kommt, äh, die Säule dran. Ja, ich bin übrigens gleich schon wieder tot. Ähm. Kurz mal ein Äpfelchen essen. Und kurz auch nochmal ein Schlückchen trinken. Erstmal was wegtun, so. Hm. Hm, 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 hm. So, rein damit. Diesmal ist das Glas auch nicht verschwunden. Wollen wir auch gleich wieder aufladen. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Gut, und weiter geht's. Ah, die Hacke, die hält auch noch eine Weile und dann passt das dann schon. Hm. Da kommen Slaps dran. Gut, hier kommen auch Slaps dran. Da kommt das Ding dran. Hier oben kommt die Verbindung dran. Da kommt wieder so einer rein. Gut. Und zu. Irgendwas hatte ich anders gebaut vorher. Das sah irgendwie anders aus. Jetzt habe ich natürlich keine. Ne, habe ich natürlich nicht mehr. Scheiße. Und auch nicht mehr genug. Ach, der... Kurz mal ein paar Steine machen hier wieder. Ne? So, 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 so. Das reicht dann wieder eine Weile. Zack. Eh viel zu viele, aber dann habe ich zumindest welche. Zack. Ah, ha, 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 ha. Hm. Hm. Ha, 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 ha. Ne, das sieht nicht so geil aus, ne? Wisst ihr was? Ich gucke mal ganz kurz nach. Gut, da bin ich wieder. Es kam mir tatsächlich nur so eng vor. Es ist völlig so, wie es auch vorher schon war. Das Einzige, was hier halt noch war, waren unten die, ja, die Verbindungen. Das hat halt noch gefehlt. So. Na. Jetzt habe ich mir da Millionen von gemacht. Und nach da oben. Da habe ich da keine mehr von. So. Also das war quasi das, was ich jetzt auch im Video so gesehen hatte. Äh, wie auch immer, wie auch immer ich auf die Idee kam, dass es irgendwie nicht passen würde. Ähm, das ist richtig so. Dann, oh, hier mal eben noch die gegenüberliegende Beleuchtung. Dann, rein damit. Naja, gut. So virtuell sind die Steine auch nicht, aber, äh, was ich habe, das habe ich. Und, na, super. Und Fackel rein und, äh, geht da davor. Fertig. Das Ding muss auch noch mal einverschoben werden. So, hier, weg. Mein neues Lieblingsfüllwort ist so. Mal eben beschlossen. So. So. Siehst du schon wieder? Äh, bin halt kein professioneller Sprecher und ich benutze Füllwörter, wie es mir passt. Zack. Zu. Zumal ich ja sowieso nichts erzähle. Äh, von daher passt das dann schon. Irgendwas muss ich ja sagen. Gut, jetzt kommt man nämlich von hier, hat man dann die, naja gut, okay, das ist dann hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der sechste ist es. Dann passt das soweit wieder. Hier oben ist noch einer rein. Hier ist zu, das ist auch in Ordnung. Ja, hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also irgendwie... Ha, ich kann's eigentlich auch weglassen, oder? Oder wisst ihr was? Ich setz den vielleicht ein tiefer. Aber es ist halt hier scheiße. Ich mein... So wäre natürlich möglich. Aber es sieht halt nicht so ganz geil aus. Das auch gehen würde, wären quasi... Diese hier rein, aber das passt auch nicht so richtig, ne? Also irgendwie ist das ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie... Wenn man... Wenn man... Hm, 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 hm... Nur so und dann hier oben... Ah, das muss erst mal auf jeden Fall... So, hier... Ich mach mal erst mal so einen rein. Und jetzt brauche ich quasi einen von... Wie gingen denn die noch so? Ne, mit denen gingen die noch. So. Brauche ich von denen hier? Ah, ha, 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 ha. Also so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Okay, einmal von... Den hier noch davor. Ja, der passt natürlich wieder nicht richtig. Der muss dann um einen versetzt werden. Hallo? So? Auch nicht. So, ja, so. Ha, 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 ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also, und hier passt das dann da so oder so nicht? Schwierig. Ist halt scheiße, wenn man sich da nicht vorher überlegt, wie man es bauen will. Gut, ich denke mal, ähm... So, und dann machen wir den hier einfach, ähm... Hier hin. So, ja, hätte ich mir auch sparen können, aber okay. Äh, zack. Und dann da wieder runter. Ähm, ja, den hätte ich mir auch sparen können. So, den spare ich mir dann auch wieder. So. Hier zu und hier zu. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Gut, das ist hier so oder so so eine komische Ecke. Also, ähm... Es kann ruhig auch so dann ein bisschen freier sein. Ich glaube, das ist okay. Hm. Äh, hier haben wir den. Naja, also... So richtig geil finde ich es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das hätte ich mir ein bisschen schöner vorstellen können. Äh, was natürlich auch gehen würde. Hören wir den hier nochmal wieder weg. Ähm... Können natürlich auch sagen... Gut, okay, das ist ein Eingang. Den machen wir auch als, äh... Als Eingang dann hier mit zwei. Äh, ist aber auch nicht so geil, ne? Äh, okay. Ich glaube jetzt... Ich glaube... Oh, oh, oh. Ich glaube, jetzt habe ich was. Ähm... Das brauchen wir. Ey, geh mal. Geh mal weg hier, Stein. Nein. Das brauchen wir auch. So. Zack, zack, zack. Ne, die müssen eh noch wieder richtig gedreht werden dann. Zack, zack, zack. Wohl hier oben kommt dann... Äh, da. So. Habe ich denn überhaupt einen Schraubendreher dabei? Ja. Der ist auch noch richtig eingestellt. Äh, die sind unten. So, dann passt das nämlich hier. Gut, das liegt jetzt hier so ein bisschen an der Beleuchtung. Wenn man die weg macht, äh, dann sieht das auch in Ordnung aus. Ähm... Mehr oder weniger, ne? So, hier oben. Das Ding dran, das Ding dran. Dann, ähm... Bleibt das offen. Gut. Na, wo hab ich denn... Hier hab ich... Ah, das Inventar ist wieder voll wie sonst was, ne? Gut, ähm... Doch. Ja. Ach, so super optimal ist das auch nicht, ne? Also so richtig geil ist das dann irgendwie... Hm. Aber die Idee war gut. Die Idee... Die Idee war gut. Sieht halt aber trotzdem auch scheiße aus. Ich lasse es einfach erstmal auf und, äh... Denk mir dann da immer nochmal was aus irgendwann. So. Jetzt natürlich hier die... Wandverkleidung rein. Den... Mit den normalen Steinen. Da hab ich natürlich dann wieder nicht genug für. Ich glaub, ich müsste da eh dann mal welche brennen gehen gleich. Oh, was ist hier mal an dem Ofen? Der ist näher. Hab ich da überhaupt schon einen Ofen? Ja. So. Da sind auch noch Steine drin. Die können wir dann gleich mal hier reintun. Das kommt noch mit dazu. Die lege ich auch erstmal hier rein. Dann soll das erstmal... Keine Kohle mehr. Dann soll das erstmal brennen. Und, ähm... Wir beschäftigen uns derweil mal damit, ähm... Den Keller in... Ja. Erstmal die normale Verkleidung zu verpacken. Das heißt also erstmal ganz normal... Ähm... Ja, Steinwand. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine super spannende Sache hier. Dramatik kaum zu überbieten. Dramatik kaum zu überbieten. Die lege ich erstmal weg, das lege ich auch erstmal, ja, ja, wo ist es, da ist es, lege ich auch erstmal alles weg, brauche ich auch nicht, warum habe ich so viele Äxten bei mir, das ist auch, dann brauche ich eine neue Hacke und bald auch eine neue Schaufel, zack, zack, neue Hacke hier, neue Schaufel, zack, so, jetzt muss ich die nur noch auswählen und dann machen wir nämlich eben noch unten fertig und dann ist die Folge auch schon wieder rum. So wie hier, habe ich das gebaut? Ähm, habe ich das irgendwann mal gebaut, kann mir das mal einer sagen? Ich glaube ja nicht, ähm, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, äh, ich weiß es nicht mehr. Weißt du was, ich sitze hier erstmal eine Beleuchtung rein und mache das dann auch erstmal zu. So, aus den Augen, aus dem Sinn, das Ding werde ich sowieso nie wieder aufmachen. Hier, da ist dann nachher eh dann die Wand vor, dann passt das dann schon. Vielleicht kommt das ja genau hin, wenn dann hier so ein Bereich sein sollte, wo das geht, dann werde ich dann da entsprechend auch eine Lücke wieder rein machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Schaut mal raus. Fängt das an zu schneien. Das ist auch schön. Ja. Mindtest. Wir waren beim Mindtest stehen geblieben. Also. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und bis dann. Tschö.